Musik Es wird gerade Sommer, die Tage werden wieder länger und dementsprechend kann man wieder länger in den Kneipen sitzen. Wir fragen die Münsteraner, was ihre Lieblingskneipe ist. Teilchen mit Beschleuniger, das ist direkt bei mir um die Ecke. Und gemütlich. Bullenkorb. Warum? Ich hoffe, man kann gut feiern. Bei mir ist es das Rix, weil ich mich da immer gerne mit Freunden getroffen habe. Kaffee Klinklang. Warum? Weil das 50 Meter entfernt ist von meiner Wohnung. Und das auf so einem Platz ist und da kann man schön sitzen. Das Fial, nette Mitarbeiter, ganz besonders nette. Und eine schöne Atmosphäre, viele Studenten. Danke. Das sind Teicheln und Beschleuniger. Ja, gute Bagels. Ich sage Pension Schmidt, weil da oft Konzerte sind. Ich gehe so selten in Kneipen, aber da kann ich keiner, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie das bei mir wird, wenn ich diese ganzen Kneipen mal ausprobiere. Ich habe auf jeden Fall einiges zu tun. Ich schfredele." Ja, nicht so etwas. Ich hab dazu weiter. Bis zum nächsten Mal. But of you? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.